Wie im Sommer 2013 reisen die Greenhorns auch in diesem Jahr über das imposante Blaue Wunder in Wolgast zur Sonneninsel Usedom. Am 22. August beginnt um 16 Uhr der erste Auftritt in der Konzertmuschel in Ahlbeck. Am Abend steigt in Heringsdorf um 20 Uhr ein Clubkonzert im legendären Omen River. Am Samstag, dem 23. August startet unser Konzert in Bansin um 16 Uhr. Im Anschluss sind Autogramme, CDs und T-Shirts erhältlich. Die Greenhorns freuen sich auf ein paar schöne Tage auf der Insel und darauf ein paar alte, bekannte wiederzutraffen.